In den nächsten Tagen haben wir Sturmgefahr über Deutschland, ja auf der Nordsee sogar Orkangefahr. Also recht wechselhafte Zeiten. Die Herbststürme legen anscheinend schon los. Vor einem Jahr, da hatten wir noch Temperaturen, teils über 30 Grad Rekordtemperaturen zu dieser Zeit. Jetzt sieht es ganz anders aus und schuld sind Tiefdruckgebiete hier über Schottland und über Oberitalien, die eine westliche Strömung bei uns erzeugen und da kann keine besonders warme Luft kommen, aber eben sehr wechselhaftes Wetter. Und so überquert uns dann erstmal eine Regenfront. Hier zieht sie über Deutschland hinweg, schwächt sich dabei ein bisschen ab. Und so haben wir zunächst im Westen Deutschlands etwas Regen. Es sind jetzt keine großen Mengen. Im Osten ist es noch aufgelockert. Da kann sich die Sonne noch zeigen. Dann dreht sich das Ganze um am Nachmittag, ist es im Osten dicht bewölkt, tröpfelt ein bisschen, während es im Westen wieder etwas aufreißt. Die Temperaturen sind eher bescheiden. Im Osten nochmal bis zu 22 Grad, sonst sind es 18, 19 Grad. Am Alpenrand ist es am kühlsten. Da geht es nur auf 13 Grad, also hier schon so richtig herbstlich. Und dann schauen wir mal auf den Wind. Der liegt am Montag schon kräftig los, vor allem über der Nordsee und auch auf den Höhen, auf den Mittelgebirgen. Da ist es schon sehr heftig, was den Wind angeht. Und ansonsten noch eher moderat. Und dann entsteht hier ein kleiner Schnellläufer vor Irland. Der wird sich dann am Mittwoch schon hier befinden bei Dänemark. Und der bringt uns eben den kräftigen Wind. Schauen wir es uns mal an am Dienstag. Eher noch harmlos das Ganze. Und die Regenfälle, die Schauer ziehen sich hier in den Süden und Südosten zurück, während es im Norden ganz schön ist. Und dann gucken wir auf den Mittwoch. Da rast dieses Tief heran und bringt auf jeden Fall Sturmböen, auf der See auch Orkanböen. Auch den Brocken wird es erwischen und sicherlich auch die Mittelgebirge, Schwarzwald und auch Bayerischen Wald. Also insgesamt recht heftig das Ganze. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird.